Ludwig van Beethoven Beethoven wurde am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Sein Vater war Sänger an der Kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn. Beethoven selbst spielte schon als Kind Bratsche im Orchester des Kurfürsten. Im Alter von 22 Jahren reiste er in die musikalische Hauptstadt Europas nach Wien, um sein Glück als Komponist zu machen. Er blieb dort sein ganzes Leben. In Wien fand er Freunde und adelige Förderer, die so begeistert waren von seinen neuen Kompositionsideen, dass sie ihm ein Leben als freier Komponist ermöglichten. In Wien machten sich auch erste Symptome von Beethovens Schwerhörigkeit bemerkbar, die allmählich zu völliger Taubheit in seinen letzten Lebensjahren führten. Beethoven wurde 56 Jahre alt. Er starb am 26. März 1827 und hinterließ ein einzigartiges Werk aus Sinfonien, Konzerten, Kammermusik, an dem bis heute kein Komponist vorbeikommt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020